Heute ist es auf jeden Fall Fallgeist. Habt ihr Ton? Genau, was ist denn hier schon wieder? So. Ein frischer Tag. Leute, ein frischer Tag. Ich bin schon Level 20. Heute werde ich mir die dritte Krone in Vollgas holen. Tomate? Ich habe nur eine Krone. Ich kann mir nur die Hose kaufen. Aber ich bin noch in die Blume. Ananas? Zufällige Karos? Der ist selten. Den kaufen wir. Schnipser? Schnipser? Okay. Oh. Den holen wir. So, den muss ich mal einpacken. Ich kann nicht die Hose jetzt dazu einziehen. Mein Outfit steht für heute, Leute. Theatralik. So. Welchen tauschen wir denn aus? Ohne ist schon geil. Ah, winken. Winken ist doch lame. Winken ist das beste E-Mode von allen? Winken hat doch jeder. Kann ich schnipsen, Leute! Ihr wisst das ganz genau! Okay, Leute, heute werde ich die dritte Krone holen. Das geht so nicht weiter. Du kannst doch schnipsen. Ich habe es wieder verlernt. Ich habe es wieder verlernt. Was soll ich nur tun? Danke für die Subs. Kreko, Krekao hat gesappt, fünf Monate. Filu für 36 Monate. Ari Union TV für 16 schreibt, ich bin seit 16 Monaten dabei. Fleischsalat für vier Monate. Quelli für 33. Maiti W für 14. Türka für 45. Hans Power Strongman für zwei Monate schreibt, ich würde gerne an Niklas' grimmigen Augenbrauen knabbern. Äh, Krekao hat auch noch einen Sub verschenkt an Kitty-Cat-Kater. Danke, Leute. Bisschen creepy, Hans. Hans, äh, creepy Hans. So, Leute. Also, das kann ja wohl nicht sein. Ich habe die dritte Krone noch immer nicht bekommen. Ich komme in meine Schnips-WhatsApp-Gruppe. Nur 20 Euro im Monat. 20 Euro im Monat, um schnipsen zu lernen? Hm? Das hört sich nach einem Schnäppchen an. Ich bin dabei. Bin dabei. Ich komme später rein. Heute schaffst du es aber auch nicht, Niki. Bugfix. Um was wollen wir wetten? Hm? Lusche. Was wollen wir wetten, dass ich es heute schaffe? Hm? Du darfst mich zwölf Stunden Timeouten, wenn du es schaffst. Das ist mir nichts wert. Ob du hier bist oder nicht. Und nicht. Die Krone kommt! Scheiße! Leute, was war das denn? Sicher? Ja! Leute, ihr müsst jetzt mal... Leute. Wir müssen jetzt hier mal auf eine Ebene gelangen, langsam, ja? Seid ihr mit mir? Oder seid ihr gegen mich? Hm? 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 Heute gewinnen wir zusammen, Leute. Heute gewinnen wir zusammen. Gegen, 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 definitiv. Gegen, gegen. Tagesformabhängig. Ihr wisst schon, dass ich hier TNT auf meinem Controller habe, ne? Ich würde ganz genau aufpassen, was ihr hier sagt, Leute. Okay. Erstmal wieder reinkommen. Ob du es zündest oder nicht, macht für mich keinen Unterschied. Ich kann aber durchs Internet zaubern. Leute, der Schnipser geht nicht, den ich gerade gekauft habe. Wollt ihr mich verarschen? Hm? Ah. Oh, hier. Eeeeeey! Hey! Hey! Alter! Drängen die denn alle gleich zurück direkt? Hm? Weh! Wirklich? Oh Was war das denn? Gehen wir nicht drüber Das ist nur ein Spielball Was war das? Die Leute scheinen eine Runde hinterlistiger geworden zu sein in dem Spiel Die letzten beiden Tage Als ich nicht gespielt habe Wie ging eigentlich gestern Minecraft aus? Ich habe nicht mehr zu Ende geguckt Lebt Matteo noch? Ich gehe mal gerade ein Lebt noch Matteo hat ein Haus gebaut Er lebt noch Okay, cool 500 Subs Wenn Matteo fertig ist mit der Minecraft Hardcore Challenge Werde ich Hardcore Sub-Darplo machen Reaper of Subs Heidi wird revived Aber es wird noch dauern Junge, das wird nichts Okay Wollen wir mal eine Runde diven? Kannst du das? Kannst du nicht, wa? Hey, du miese Taube! Oh, oh, oh! Erstmal im Monat mit Zap Diablo warten, sonst kannst du uns gar nicht richtig melken, weil alle schon Zap sind. Bestia, noch nicht Zap. Einmal bitte sagen. Ist jemand noch nicht Zap? Kagara ist noch nicht Zap. Da sind ein paar. Da sind ein paar. Guck mal, wie viele. Da können wir noch richtig melken. Da wird richtig gemolken, Leute. Außer Matteo stirbt. Wenn Matteo stirbt bei Minecraft und wahrscheinlich alles hat. Ich werde heute die dritte Krone holen, Leute. Erste Runde war eine Warm-Up. Tschüss! Hatte? Ich will. Ich will mal die dritte Krone. Ich will mal die dritte Krone holen. Ich will nur noch zunächst mal mit den Knut. Ich will noch mal die Knut. Echt der Kreisel, ohne Milch, natürlich ohne Milch, was ist du denn für ein Kaffeetrinker? Zafia, was ist bei dir denn los, was ist bei dir denn schief gelaufen im Leben? Let's go! Okay Leute, passt auf, Pro-Technik zeige ich euch jetzt, pass auf! Oh shit! Okay! Okay, passt wieder zurückgeworfen ey! Ohhhh, Anna ist vorbei! Hab ich... Ey was war das denn? Voll abgekackt! Knapp! Boah, da hat jemand aufgeholt! Okay! Ist okay, ist okay! Ich hab nur auf den Sieg gespielt! Ist okay! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Ich bin raus, oder? Ich bin raus! Ich bin raus! Ich bin raus! Okay! 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 Was war das denn, Niklas? Ich zünder gleich das TNT Leute, wenn der nicht aufhört! Halt auf! Ich zünder gleich das TNT! Okay! Ich muss reinkommen! Von Runde zu Runde! Von Runde zu Runde Leute! Ich muss es... Ich muss es... Ich muss im Hier und Jetzt! Runde! Runde! Hier! Jetzt! Hättest mal Milch in den Kaffee gepackt! Okay! Kann mal bitte jemand Saphir Bann aus dem Channel! Es geht zu weit! Es geht zu weit! Die Tomate ist voll abgekackt! Hä? Das hat gezählt? Das hat gezählt? Habt ihr das gesehen? Hat der eine Speed-Taktik gehabt? Leute! Was ist hier gerade passiert? Hat der Checkpoint da gezählt? War das Pro-Gamer-Taktik? Der Schiri hier vor mir ist geil! Das sieht eher aus wie so ein... Wie heißt der? Riegel? Das ist ein Riegel mit Schwarz-Weiß, oder? Da... Wie heißt der? Twickz? Ach nicht, twickz! Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ey, ey, ey! Ey, 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 ey! So nicht! Stopp! 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 O-R-E-O. Nee, es gibt doch noch einen anderen irgendwie, oder nicht? Schwarz-Weiße Nutella. Gibt es nicht so... Gibt es nicht auch so einen richtig, der so aussieht wie der Chiri? Milky Way? Hm. Milky Way Aufstrich, genau. Gerade ist reingeschneit. Wie viele Wins? Heute schon 20. Wir sind jetzt auf dem Weg zum 21. Win. Let's go. Leute, ihr hättest geglaubt. Alle cool bleiben. Alle cool bleiben. Alle cool bleiben, ja? Okay, hat aufgegeben. Dann kochst du das nächste Mal nächste Woche. Okay, der sieht nicht gesund aus. Der riskiert es aber jetzt. Passt, guck mal. Alter, 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 Alter. Okay, ist noch mit reingekommen. Das machen wir mal richtig risky. Hm. Danke für den Sub von Konvuzios. Zwölf Monate. Schreibt PewDiePie hat über 100 Vins. Wie viel hast du, Niklas? PewDiePie hat nie im Leben über 100 Vins. Ich sehe keine Scheiße, ey. Wir haben einen Sub. Krakau hat noch einen Sub verschenkt an VoidCope. Danke. Okay, Leute. Jetzt fängt Vollgeist an. Das ist die erste Runde des Tages. Versuchen wir weiterzukommen. Dritte Krone, Leute. Dritte Krone. Ich bin armer Student. Ich möchte auch einen Sub. Da musst du warten, bis Matteo bei Minecraft Hardcore stirbt. Und dabei sein, ist wichtig. Wie waren die Falafeln gestern? Mega, muss ich sagen. Oh nein, Hexenwerk. Okay, Leute. Das ist ein Spiel. Da kann man nicht so wirklich beeinflussen, ob man weiterkommt oder nicht. Geben unser Bestes. Aber es ist halt eins der beiden Games, wo man nicht so wirklich das mit in der Hand hat. Am wenigsten in der Hand hat, sagen wir mal warum. Oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit. Okay, keck weh. Keck weh. Ich hatte ihn. Ich hab, habt ihr es gesehen? Wieder. Manchmal ist das aber auch strange. Also, kriegen wir die aufs Maul. Wo ist noch einer? Da ist einer. Okay. Den haben wir. Wir haben verloren schon. Da war es einer. Den haben wir. Wo? Kann man nichts machen, Leute. Da kann man nichts machen. Das ist einer der Runden. Da kannst du auch nichts machen. Da steckst du auch nicht drin. Steckst du auch nicht drin. Bei dem Game. Die dritte Krone ist nah. Ich spüre es. Bugfix. Ich spüre sie auch. Na, Tupfel hat ein Zapfer schenkt. Ein Paradox. Hat erfolgreich sich durchgeschnort. Danke. Okay, Leute. Okay. Leute, wenn New World rauskommt nächstes Jahr, ne? Ich glaube, dann werde ich das einen Monat lang Tryhahn. Ich werde mal so eine, ich werde so komplett durchdrehen. Eska, nee, warte mal. Wie hatte ich? Kontrollierte, kontrollierte, ähm, äh, kontrollierte Übertreibung. Kann man das besser sagen? Kontrolliert, äh, kontrollierter Exzess. Kontrollierter Exzess. Mit einem festen Ausstiegspunkt. Fuck. Kontrollierte Eskalation ist auch gut. Kontrollierte Kernspaltung. Hm. Oh, das schaffen wir nicht da außen rum. Oh, das schaffen wir nicht da außen rum. Oh, das schaffen wir nicht da außen rum. Da hat mich einer gehalten. Einige Leute, ne? War das jemand von euch? Das, was Bugfix sagt. Was sagt Bugfix? Was Nudelmann sagt. Was sagt Nudelmann? Richtig hart New World ballern. Ja, Mann. Wenn das rauskommt, dann ballern wir da richtig rein. Dann machen wir, dann machen wir, ähm, ich hab, wie es aussieht, haben die Gilden ja jetzt nur 50 Leute. Das heißt, wir brauchen, also als Ober, als Dach, haben wir die Bonjoa-Organisation und brauchen ganz viele Untergilden. Wir müssen auf jeden Fall den kompletten Server übernehmen für einen Monat lang. Wie groß ist dein Interesse zur Model Shell? Nicht vorhanden. Muss ich tatsächlich sagen. Wir brauchen also ganz viele Bonjoa-Gilden. Also Bonjoa, Dönjoa, Breathering und so weiter und so weiter. Bist du in On-Streemings was anderes? Nee, es kommt ja erst nächstes Jahr raus, Leute. Einen Monat machen wir, einen Monat. Willst du Rang 1 in Fallgeist machen? Ich bin schon Rang 1. Es gibt keinen besseren Spieler als mich in Fallgeist. Das ist, was du meinst. Kirsche, Banane. Kirsche, Banane, Leute. Kirsche und Banane. 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 Banane, 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 Banane. Das ist einer runtergefallen. Keck, weh. Okay, Orange, Kirsche, Melone. Orange, Kirsche, Melone, Traube. 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 Orange, Kirsche, Melone, Traube Orange Okay, okay Jungs, Jungs, Jungs Banane, Traube Banane, Traube, Melone Banane, Traube, Kirsche, Melone Banane, Kirsche Scheiße, was? Banane, Traube Kirsche, Melone Banane, Traube, Kirsche, Melone Banane, Traube, Kirsche, Melone Banane, Traube, Kirsche Okay, ich steh drauf Okay, okay, wir sind auf jeden Fall hier abgekackt. Oh, ho, ho. Easy. Puh, okay, Leute. Struggle is real. Ich muss mal wieder reinkommen. Habt gestern erst rausgefunden, dass jedes Feld ein festes Bild hat und nicht ständig geschafft wird. Und am Ende wird alles aufgedeckt. Okay. Warte ich nicht. Was? Oh nein, okay, das ist eins dieser Games, Leute. Hier brauchen wir Glück. Hier brauchen wir einfach Glück. Ich hab gestern erst rausgefunden, dass man nicht durch die Schlitze fallen kann. Okay. Geronimo! Wir gehen mit rein. Wir gehen mit rein. Wir gehen mit rein! OH! 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 Komm, 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 komm! Gestern ist rausgefunden, dass mein Penis winzig ist. Wow, britische Klasse. War das jetzt so lustig, wie du dachtest? Das ist ein Bitch. Gestern hat meine 3-jährige Nichte ihre 3. Krone geholt. Das ist gelogen. Bitte mal Riemons bannen. Schmunzeln, war schon lustig. Ich hab nur gefragt, ob es genauso lustig war, wie er gedacht hat. Oder sie? Also ich musste meinen Bauch halten. Okay, war nur eine Frage. Okay, Leute, Team Yellow, let's go. Okay. Shit, 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 shit. Okay. 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 Boah, daneben. Leute, was mach ich hier? Okay, go, gau, gau. Oh, shit, shit. Oh, shit. Oh, shit, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm! 45 Minuten noch. Komm, gib mir ein paar. Wir haben gerade einen gelben bekommen, anscheinend. Äh, noch 22 Sekunden. Was? Bei mir war ich ja wohl... Alter, scheißleck, ey. Da wurde ich ja wohl vorher dran, ey. So farsch. Okay. Puh, ich geh ja laut gepusht, ey, ey. Okay, von Runde zu Runde, Leute. 12, noch übrig. Von Runde zu Runde. Von Runde zu Runde, Leute. Let's go! So. Hab ich noch nie gewonnen. Hab ich noch nie gewonnen, dieses Spiel, Leute. Noch nie. Noch nie gewonnen. Okay. Jetzt vorne. Nein! 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 Ja! Ja! Wir haben es geschafft! 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 Ja, Mann. Nice! Boah, Alter. Als mich die Kugel erwischt hat, habe ich gedacht, okay, that's it. Aber gut durchgeschlängelt, ey. Geil! Nice. Never surrender, Alter. Ein Update ist erforderlich? Danke für fünf Subs von Bugfix. Nice, Mann. Habe ich jetzt geupdatet? Geh einmal raus. Krone bekommen, direkt nerven. Guck mal. Okay, Leute. Jetzt haben wir drei Wins. Wollen wir wirklich auf fünf gehen? Wollen wir wirklich auf fünf gehen? Jetzt New World. Ah, New World. Heute? Also, ich meine, ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Danke für den Subs von Assmonster. 26 Monate. Warte. Das ist mal ein komplett neues Game. Oh, heute nicht. Oh. Oh. Ähm. Ey, Mann, wir haben uns verdient. Wir haben uns verdient. Komm. Lass New World ballern.